Zen, der Podcast von Chukka Sangha. Zen, der Podcast von Chukka Sangha. Zen, der Podcast von Chukka Sangha. nicht zum Tejo erscheint, weil er unterwegs ist. Ich kann ja mal ein bisschen andeuten, was da in dem Chor steht. In der Nähe von Zimings Tempel lebte eine alte Frau, deren Tiefgründigkeit niemand so recht durchschaute. Ziming ging hin, immer wenn er Freizeit hatte. Eines Morgens, an einem planmäßigen Vortragstag, ertönte die Trommel, die den Vortrag ankündigte, nicht, obwohl das Frühstück eine lange Zeit zuvor beendet worden war. Yang Ji, der seinerzeit der Tempelvorsteher war, fragte einen Leinbruder, warum die Trommel nicht geschlagen worden war. Weil der Abt abwesend ist und noch nicht zurückgekehrt ist, erwiderte der Bruder. Yang Shi ging unverzüglich zum Haus der alten Frau und schaute hinein. Ziming kümmerte sich um den Herd, während die Frau etwas Reisbrei umrührte. Heute ist ein Vortragstag und die Versammlung der Mönche hat lange gewartet, sagte Yang Shi. Warum bist du nicht heimgekehrt? Wenn du mir einen Kehrsatz angeben kannst, werde ich zurückkehren, erwählte Ziming. Wenn nicht, dann können alle miteinander fortgehen, nach Osten, Westen oder wohin auch immer. Tja, Yang Shi bedeckte seinen Kopf mit seinem Bambushut und ging einige Schritte. Sehr zufrieden ging Ziming mit ihm zum Tempel zurück. Diese lustige Geschichte, das wäre natürlich heute ein Fall für MeToo. Dabei ist es sehr instruktiv, sich mit alten Frauen zusammenzutun. Das kann ich euch versichern, weil Lorena, eine Verwandte von mir, die mit dem Roshi größte spirituelle Lehrerin für mich gewesen ist in meinem Leben. Und heute ist ihr 121. Geburtstag. Und da will ich mal ein wenig an sie erinnern, um euch mal zu verdeutlichen, wie wichtig der Kontakt zu alten Frauen, deren tiefgründige Weisheit man eben nicht ohne weiteres ergründen kann, ist. Tja, und deshalb komme ich jetzt auch gleich zu Lorena. Ich habe von ihr so viele Weisheiten gelernt. Aber sie war mir am Anfang gar nicht vertraut. Wer ist sie also? Als ich Lorena das erste Mal als erwachsener Mann ansprach und zu ihr Tante Lorena sagen wollte, meinte sie, ich bin vier für alle Lorena. Nenn mich einfach Lorena. Als wir einmal über das Sterben und die Grabgestaltung sprachen, sagte sie, ich wünsche mir dort, wo ich begraben werde, einen einfachen Feldstein mit der Aufschrift Lorena. Nichts anderes. Einfach nur Lorena. Und so ist auch in ihrem Grab in Heidelberg neben ihrem berühmten Mann Alexander Rustu ein Feldstein. Das steht drauf, Lorena. Lorena ist meine Großtante, die Schwester meiner Großmutter Elisabeth Fitz zu. Und sie trat das erste Mal in meinem Leben, als mein Bruder Peter und ich zu meiner Mutter von Uetersen, dem bisherigen Wohnsitz der Familie, nach Heidelberg umzogen. Sie selbst wohnte zusammen mit Onkel Alexander Rustu, dem berühmten Soziologie- und Wirtschaftsprofessor, der damals schon in den 70ern war. Da zog sie ihren gemeinsamen Sohn Helmut und ihre Nichte Sabine Levzow, die die Lieblingscousine meiner Mutter war. Die zog sie damals auf und die waren damals so ungefähr zehn Jahre alt. Ja, sie wohnte da in der Nähe des Neckarufers in der Mönchhoffstraße. Und im Vordergrund eines schlichten Mietshauses stand ein Magnolienbaum. Und Lorena verfasste später dieses Gedicht dazu. Magnolien, von oben gesehen, aus meinem Fenster gebeugt, das kleine Rasenstück, der junge Magnolienbaum. Mein dunkles Wesen, eingeengt durch die Winterzeit, erhellt sich glänzhaft, weiße Atlasblüten im Mondenschein, auf glänzend in erster Frühlingsnacht, am Tage das zarte Rosa der Flamingos schenkend, auf feuchtem Grasgrund, mit frischer Erde behäufelt, Märzregen getränkt, zerspringt der Baum in tausend Blüten und doch die Gestalt noch wahrend, eizittern bis in die äußersten Verzweigungen und in die feinsten Verästelungen meiner Sinne. Lorena war damals ungefähr 48, meine Großmutter 45, die lebte zu der Zeit auch in Heidelberg. Ja, und Helmut und Sabine, also die wuchsen da wie Geschwister bei ihr auf. Sabine war wie ein Pflegekind bei den Rüstus und deren Mutter Helene war die jüngste der sechs Geschwister. Mit dem Bruder Dieter, meines Großvaters, Rindrik Levitzow, war Helene verheiratet. Also zwei Cousinen hatten zwei Vätern geheiratet und Helene selbst hatte fünf Kinder, zu denen eben auch Sabine gehörte. Sabine lebt heute noch, sie ist über 80 und ich habe sie vor ein paar Wochen gesehen. Sie ist immer noch voll vital. Lorena selbst war die vierte in der Geschwisterfolge. Sie hatte eine sehr viel ältere Schwester, Eva, die sich der Anthroposophie verschrieben hatte und in Dornach in der Schweiz lebte. Dann kamen die Brüder Wolfgang, der im Zweiten Weltkrieg beim Russland-Feldzug als Panzerfahrer umkam und Burkhardt, der nach Finnland ausgewandert war und sich dort zu einem Papierfabrikanten hochgearbeitet hatte nach der Tellerwäschermethode. Nach Lorena wurden noch Elisabeth, meine Großmutter und schließlich Helene geboren. Als Lorena ungefähr fünf Jahre alt war, wäre sie fast einmal ertrunken. Bei dieser Gelegenheit hatte sie ein Nahtoderlebnis. Sie sah über sich den hohen blauen Himmel und wollte nicht mehr zurückkehren. Als sie später einmal gefragt wurde, ob sie Angst vorm Sterben habe, sagte sie, nein, ich habe den hohen blauen Himmel gesehen. An ihre damalige Stimmung erinnert ein Gedicht von dir. Die Sehjungfrau und Diene Beweglicher Körper Im fließenden Irrend Im Blanken Im Nassen Nach Schlingpflanzen fassend So körperlos gleitend Die feuchte Die feuchte, die kühle So schieriges Licht So flirrende Leuchte Bewegliche Feuchte Die wellige, wässrige Funkelnde Helle Die heitere Welle Lebendige, Schnelle So trunken und schwebend Im Traum sich bewegt Im Tiefen Ertrinkend Auftauchend Versinkend Es rieselt die Fülle Umhüllt sie die Stille Das tropfende, blinkende, steigende, sinkende, ewige Flut So wiegend Nazis Alexander, der unter der Weimarer Regierung Schleicher eigentlich Wirtschaftsminister werden sollte, stand auf der schwarzen Liste der Gestapo und musste damit rechnen, von den Nazis umgebracht zu werden Nach Hitlers Machtergreifung war daher keine Zeit zu verlieren In der Türkei Atatürks wurden Wissenschaftler gesucht, um die Entfaltung der Wissenschaft in einer laizistischen Türkei zu fördern So wurde Alexander an die Universität Istanbul auf den Lehrstuhl für die Wirtschaftsgeografie und Wirtschaftsgeschichte berufen In dieser Zeit entstand unter erschwerten Bedingungen sein Hauptwerk Ortsbestimmung der Gegenwart Alexander, der schon sechs Kinder hatte, wollte in dieser Zeit kein weiteres Kind haben Doch Lorena setzte sich schließlich mit ihrem Kinderwunsch durch Und Helmut wurde geboren Die Geburt fand unter unmöglichen hygienischen Bedingungen statt Sodass Lorena fast noch im Kindbett gestorben wäre Vorher stand ihr Leben schon auf Messers Schneide Als ihre Pässe abgelaufen waren, weigerte sich die deutsche Vertretung in Ankara, Lorenas und Alexanders Pässe zu verlängern Nach dem Tod Atatürks arbeiteten die türkischen Behörden teilweise mit den Nazis zusammen Es gab den Plan, Migranten ohne Papiere ins Niemandsland hinter die türkische Grenze zu treiben Um sie dort zu erschießen Auch Lorena und Alexander gerieten in dieses Niemandsland Wurden aber gerettet Lorena hat ihre damalige Gemütsverfassung In ihrem Gedicht Das Silberschiff festgehalten Das Silberschiff Du fliegst, du Silberschiffe Weil ich dein Segel bin Auf Gischt und Wellenritt Wir fahren schnell dahin Durch mich wirst du zum Vogel Du erdenschweres Boot Es sprüht und lacht das Wasser Die Liebe und der Tod Wir treiben auf dem Meere So heiter Ohne Schwere Als flögen wir davon Auch morgen sind wir beide Im großen Nichtsein schon Nach Abschluss meines ersten Staatsexamens in Berlin Machte ich einen lang gehegten Wunsch wahr Und begab mich auf Weltreise nach Südamerika Mein Zielland war damals das Chile Alliendes Doch bevor mich das Schiff dorthin bringen konnte War Allende durch den Putz Spinochets getötet und die Unidad Popular gestürzt worden Ich ging deshalb in Lima Jedenfalls wurde ich auf dem Rückflug Bei einem Zwischenstopp in Bogota Auf der Gangway verhaftet Zum Glück beobachtete ein konservativer Freund meiner Eltern Bei dem ich mich mit meinem Bruder treffen wollte Diesen Vorgang Und er erreichte Und er erreichte, dass wir gemeinsam zum Chef des kolumbianischen Geheimdienstes Das fahren konnten Um die Angelegenheit dort zu klären Der Chef des das war wenig entgegenkommend Er kündigte an Dass man meine schriftlichen Unterlagen prüfen werde Und dann entscheiden würde Ob ich in Haft genommen oder abgeschoben werden würde Für 14 Tage stellte er mich unter Hausarrest bei diesem Freund Und behielt meinen Pass ein Nachdem ich das Land verlassen konnte Begann ich sofort mein Referendariat in Bremen Ich wollte möglichst bald wieder nach Peru zurückkehren Ich hatte so viele Freunde dort gefunden Dass mir Peru wie meine zweite Heimat erschien Als Teil der Bremer Referendarausbildung Konnte man seine Wahlstation bei einer Einrichtung im Ausland ableisten Ich wählte dazu einen Aufenthalt An der deutsch-peruanischen Handelskammer in Lima In der Zeit dort unterstützte ich Ein Landbesetzungsprojekt meiner Freunde Mit einer Solidaritätsaktion Wir sammelten in Deutschland Geld für eine Pumpe Die fossiles Wasser aus 90 Meter Tiefe heraufholen konnte Um die besetzten Ländereien zu bewässern Im Zusammenhang damit erkrankte ich schwer an Hepatitis Meine Transaminasen waren derart erhöht Und die Leber derart angegriffen Dass ich mich nach einer kurzen Wegstrecke Vor Muskelkater Schmerzen und akuter Schwäche Nicht mehr bewegen konnte Als ich in den Augen meiner Gastgeberfamilie Die das Sofa umstanden, auf dem ich lag Die Botschaft las In zwei Tagen hat er es geschafft Dann ist er durch mit dem Leben Beschloss ich meine Wahlstation abzubrechen Und mit letzter Kraft nach Deutschland zurückzukehren Mit der Hepatitis lag ich elf Monate da nieder Davon vier Monate im Krankenhaus auf der Isolierstation Während meine Partnerin Mächtel Die begonnene Solidaritätsaktion in Peru fortsetzte Versuchte ich mich auszukurieren Ich war damals dermaßen im revolutionären Space Dass ich im Krankenhaus keinen Kontakt mit meinen Eltern haben wollte Mächtel war in Peru So kamen nur wenige Menschen zu meiner Unterstützung in Betracht In dieser Zeit war Lorena Im wahrsten Sinne Meine Lebensrettung Wir telefonierten fast täglich Und sie deutete mir meine Träume In meinen Träumen deckte sie ein großes Potenzial verdeckter Aggressionen auf Sie empfahl mir, mir Lehm zu beschaffen Und mit dem Lehm ausgiebig alle möglichen Figuren zu kneten Oder ihn einfach nur mit meinen Fingern durchzuweiten Sie hatte den Eindruck Dass auch meine radikale politische Einstellung zu meiner Krankheit beigetragen hatte Und dass mir Gelassenheit gut täte Vorsichtig empfahl sie mir ostasiatische Literatur Dann erzählte sie mir von ihrem Verhältnis zu einem Deutsch-Japaner Dessen Vater ein japanischer Arzt gewesen war Und in Japan bestimmte Heilquellen eröffnet hatte Dieser Freund hatte vier eheliche Kinder Und wie sich später herausstellte Auch noch eine nicht-eheliche Tochter Mit diesem japanischen Freund Lebte sie acht Jahre zusammen Seine Ehefrau befand sich in der Psychiatrie Sie schilderte Wie sie von diesem Freund Die ostasiatische Denkweise gelernt hat Das Leben im Hier und Jetzt Achtsamkeit Und die Bedeutung des absichtslosen Handelns Dieser Mann war äußerst kreativ Schob immer wieder neue Projekte Vor allem auf dem Gebiet der Kunst und des Möbeldesigns Und der Architektur an Die beiden trennten sich schließlich Lorena sagte Irgendwann war es mir einfach zu vielem Mit den ständig neuen Ideen Er hatte etwas Verrücktes an sich Stell dir vor Er und alle seine Kinder Kamen im Krieg um Nur seine nicht-eheliche Tochter überlebte Sie wurde später nach Japan eingeladen Um an der Einweihung eines Denkmals Für ihren Großvater teilzunehmen Dann wieder empfahl sie mir Den Kontakt zu einem Zen-Meister Ich wünschte, du könntest einmal eine Zeit Mit einem Zen-Meister zusammenlegen Wenn sie mit solchen Vorschlägen daherkam Dachte ich nur Wenn die arme Frau doch nur einmal ein Blick in das Kapital von Marx Dann wüsste sie, was die Wirklichkeit bestimmt Erst später erfuhr ich, dass sie das Kapital bestens kannte Ja, dass sie sich in Sachsen der Kommunisten angeschlossen hatte Und dass sie in der Weimarer Zeit Ebenfalls eine radikale Lebensphase durchlaufen hatte Ja, ein wichtiger Punkt war noch Also, ich könnte euch noch viel erzählen Aber einen wichtigen Punkt möchte ich euch noch erwähnen Nämlich Der betraf ihren Sohn Helmut Als der Lebensgarten schon längst entstanden war Übrigens hat sie dazu auch beigetragen Mich ständig bestärkt, dieses Projekt zu machen Alle haben mich für verrückt erklärt und so Aber sie hat gesagt Das ist die Zukunft Eines Tages, als der Lebensgarten schon längst entstanden war Rief sie mich an Helmut liegt im Sterben Bitte komm und hilf mir Seine Wohnung in Frankfurt aufzulösen Das schaffe ich ohne fremde Hilfe nicht Helmut Der damals bei der Frankfurter Bank Als Organisationsfachmann arbeitete Hatte sich beim Anziehen eines Schuhs Eine Wunde in seine Hacke getreten Aus der unscheinbaren Entzündung wurde eine schwere Blutvergiftung Die den ganzen Körper samt aller inneren Organe ergriff Sämtliche Medikamente versagten Und Helmut lag seit über sechs Wochen im Koma Als mich Lorena anrief Und war von den Ärzten aufgegeben worden Übermorgen werden die lebenserhaltenden Maschinen auf der Intensivstation abgeschaltet Das ist dann das Ende Als ich in Heidelberg ankam Wollte ich Helmut unbedingt noch einmal im Krankenhaus sehen Wie ich ihn an seinen Schläuchen und Geräten hängen sah Kam er mir so vital vor Ich konnte mir gar nicht vorstellen Dass dies sein vorletzter Lebenstag sein sollte Als Lorena und ich wieder in der Mönchhoffstraße waren Machte ich abends den Vorschlag Dass wir uns gemeinsam in der Meditation Noch einmal mit Helmuts Seele und Geist verbanden Wir setzten uns für eine Stunde in Stille hin Und meditierten über den Satz Helmut Wenn du gehen willst Werden wir das akzeptieren Aber wenn du bleiben und weiterleben willst Dann werden wir uns sehr darüber freuen Am nächsten Tag gingen wir erneut zu Helmut in die Klinik Eine Stunde vor dem geplanten Aus Als wir kamen Erwachte Helmut aus dem Koma Schlug die Augen auf Und fing an zu sprechen Ein Wunder war geschehen Nun setzten die Ärzte die Behandlung fort Es dauerte noch lange Bis Helmut wieder ganz gesund wurde Doch heute lebt er noch und ist beschwerdefrei Ja Zum Schluss noch ein kleines Gedicht von Tick Nathan Du bist ich Und ich bin du Zeigt sich nicht deutlich Dass wir miteinander verbunden In einander verwoben sind Du hegst die Blume in dir Damit ich schön werde Ich verwandle den Unrat in mir Damit du nicht leiden musst Ich unterstütze dich Du unterstützt mich Ich bin auf der Welt Um dir Frieden zu schenken Du bist auf der Welt Um mir Freude zu sein Um jungen Menschen Den Aufenthalt im Togenji zu ermöglichen Bitten wir um ihre Spende Alle Spendenmöglichkeiten Finden sie auf Chukasanga.de Slash Spenden